Läuft! Und bitte! Nochmal bitte! Was wir hier gerade testen, ist der Zoom H2 Der sich auf der Pentax befindet, auf dem Witz Show Adapter Benutzt wird ein Pentacon Auto Multicoating 2829 Nicht schlecht. Hab ich übrigens auch. Hat er mir geklaut Ich musste im Winter immer so ein paar Gehwege suchen, die künstlich hergestellt wurden durch Trampler Da könnte man zum Beispiel nicht durch Nicht schlecht! Nicht schlecht! Gästig lang. Eine der wenigen Bürger. Klappe die zweite. Da sind jetzt beide Bilder. Montag abgegeben, heute abgeholt. Gestern schon versucht, waren sie nicht da. Jetzt waren sie da. Super. Alter, das ist das Ding. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020